Das bin ich. Und das ist meine Familie. Gleis, meine Mom, meine Sis, Diane. Und das sind andere Familien, ihre Leben, an die sich Gleis unter gar keinen Umständen anpassen will. Hey, Diane. Was ist denn mit der los? Nichts. Wir kriegen übrigens einen neuen in die Klasse. Hübsch sein. Darf ich um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Und was habe ich gesagt? Die Mitte der Welt, wo ist die? Die ist für jeden woanders, je nachdem, wo man steht. Mache ich mich unbeliebt, wenn ich frage, ob man wirklich von Liebe sprechen kann, wenn man gerade einmal gefügelt hat? Der gute Geschmack hast du definitiv von mir. Bleibst du jetzt für immer bei uns? Mein Sohn. Mein Kopf. Der soll sich mal nicht so große Hoffnungen machen. Und der hat doch wieder nur abserviert. Was habe ich falsch gemacht? Wie viel Zeit hast du? Gleis hat alle mal vertrieben. Jedes Mal waren wir wieder alleine. Wir lassen uns nicht froh schreiben, wenn wir zu leben haben. Ich brauche euch beide. Ich kann dich nicht teilen. Bill! Ich laufe nicht weg. Du fragst jetzt schnell, was du wissen willst. Und ich werde antworten. Wie heißt unser Vater? Nächste Frage. Wo wohnt er? Oh, toll. Das fängt ja gut an. Du sollst dein Französer. Du sollst dein準fach.